Hallo und herzlich Willkommen zu Super Mario, dem Let's Play. Play! Ich muss kurz wieder leiser schalten, weil... Professionell wie ich bin, habe ich nämlich... Oh, ich schraub's gerade lauter. So. So professionell wie ich bin, habe ich vergessen, die Lautstärke einzustellen am Mikrofon. Muss ich nachjustieren. Okay, habe ich jetzt getan. Hallo, Professionalität! Okay, ähm, ja, wir waren zuletzt am Geisterhaus, Schloss, wo ich versucht habe, 100 Münzen zu sammeln. Was mir auch gelungen ist, möchte ich bemerken, ist mir gelungen. Problem an der ganzen Geschichte war nur, ich habe den bösen Boss nicht mehr besiegen können. Und damit sollte es auch erstmal das gewesen sein hier mit unseren Geistern. Wir gehen nämlich jetzt in den Keller. In den Keller. Wir machen den Plumber, also den Klempner, machen wir den Keller klar. Den Klare Keller kennt keiner. Tiefgründige Lyrik nicht gefunden. Ähm, ja. Heute spiele ich auch mit dem PS4-Controller. Ich habe ihn eingestellt. Und was haben wir hier? Ein Höppelhäschen. Ähm. Ach, komm her. Wow, ich hatte ihn doch schon eigentlich. Moment. Ja. Nein, in falsche Richtung. Häschen, hopp. Ach, verdammt. Ich krieg dich, du. Höppelhäschen. Ach, schade. Ich dachte, ich krieg den Blindjump hin. Ist nicht so leicht. Ich hab ihn. Hey, du Rüppel. Ich bekomme ja blaue Flecken. Lass mich sofort losbauen. Er hat mir diesen Stern geschenkt. Und er wäre ziemlich böse, wenn er das wüsste. Aber ich bin in Eile. Deswegen nimm ihn bloß und lass mich runter. Okay. Ein geschenkter Stern für uns. Hm. Okay. Wuhu. Unglaublich. Du hast einen weiteren Stern erhalten. Verleiht dir zusätzliche Kraft. Nein, tut er nicht wirklich. Äh. Ja. Der Hase bleibt jetzt hier aussitzen. Wir können ihn nehmen, tragen, rumhöppeln. Einmal in die Kamera halten. Hier, guck mal, das ist der Hase. Warte. Kamera, bitte. Das ist der Hase hier. Sehen Sie sich ihn an. Mit seinen traurigen blauen Augen, die sagen. Mann, ich bin hier falsch. Mensch, ich will gehen. Okay. Lassen wir ihn einfach mal hier sitzen und beachten ihn nicht weiter. So. Wir haben jetzt die Möglichkeit, mehrere Level gleichzeitig zu spielen. Nämlich einmal das Lava Wunderland. Dann haben wir die Möglichkeit, in diese Wand zu springen. Ja, das geht wirklich. Ist jetzt nicht gelogen. Da ist ein Wüstenlevel drin. Ich spoiler gerade ein bisschen. Und wir haben die Möglichkeit, hier reinzugehen. Was wir, glaube ich, als erstes machen. Wenn ich mich jetzt nicht in der Tür irre. Ne, ist die falsche Tür. Aber hier können wir auch ein Level machen. Hier sind wir auch ein Level. Kommen wir später zu. Aber zuerst schalten wir mal was frei. Das fiel mir gerade so nebenbei mal ein. Das machen wir als erstes. Nämlich durch diese Tür gehen. Und man sieht, hier ist sehr viel Wasser. Und wenn wir hier runter schwimmen, was wir gerade mal machen. Mit Marios elegantem Körper gleiten wir durchs Gewasser. Ja, das gute Gewasser. So, dann springen wir hier entlang. Und springen wir kurz hier gegenüber. Weil ich was lesen. Weil hier so eine Infotafel steht, die uns was total Wichtiges sagt. Nämlich, einst konnte man die Tür öffnen. Zu dieser Zeit waren die Säulen aber niedriger. Hm, was will uns das Spiel wohl damit sagen? Vor allem, welche Säulen. Gut, war auch damals nicht so offensichtlich. Hier die Säulen. Einfach mal draufstampeln. Oh mein Gott, sie gehen runter. Ist ja nicht zu glauben. Und? Ah, wir haben was freigeschaltet. Das Wasser wird abgelassen. Das war die damalige Pumpstation. Und die Knöpfe dafür. Und wir wieder... Wo sind wir denn jetzt hier? Hier sind wir im Schlossgarten, wo plötzlich das Wasser weg ist. Und uns da oben, hier im Front, was zeigt. Sich zeigt. Und das ist ein geheimes Level. Herzlich Willkommen in diesem Kurs, kannst du die blauen Schalter entdecken, hinfort. Löst du ihn aus, kannst du in allen Blöcken Tarnkappen finden, die dich unsichtbar machen. Auf diese Weise kannst du durch bestimmte Wände gehen und Gegner ungesehen ausweichen. Und dann musst du sie nicht schleichen. So, wir machen jetzt... Ich versuche zumindest zwei Dinge auf einmal zu machen. Mario zu töten. Nein. Nö, das nicht. Nämlich hier gibt es auch rote Münzen. Und die versuche ich gerade mal zeitgleich einzusammeln. Oder jetzt wird es schwierig. Jetzt wird es schwierig, weil ich ihn nicht sehe. Weil ich ihn nicht sehe. Weil ich ihn nicht sehe. Okay, und Mario ist viel zu schnell. Okay, das war es mit den roten Münzen. Das wollte ich gerade mal am Rande bemerken. Dieses Lied ist bekannt, elegant und charmant. So. Okay, eigentlich hätten wir da oben noch ein paar rote Münzen sammeln müssen, aber die kriegen wir jetzt nicht mehr. Ich bin einfach mal geschickter vorbeigerutscht. Ist auch mal was Schönes. So. Dafür wird der nächste Part hier nämlich mit den roten Münzen nicht so schleicht. So. Aber gehen wir uns erstmal zum Schalter. So. Hier eine rote Münze. Und hier auch eine rote Münze. Ja. So. Und. Hopf. 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 Yay. Movements like a player. Pro-Gamer. Wow, ich habe sogar die Münze gekriegt, die eigentlich gar nicht so leicht war. Okay. Und hier haben wir den Schalter, der ein bisschen blöd platziert ist, wollte ich schon sagen. Aber der hat ja auf beide Seiten so ein Ausrufeteilchen. Du hast den blauen Schalter aktiviert. Ab jetzt kannst du die Tarnkappe einsetzen und Unsichtbarkeit erlangen. Jede blaue Wand, äh Block, beinhaltet eine Mütze. Möchtest du deinen Spielstand speichern? Natürlich. Und hier haben wir sie. Die blaue Tarnkappenmünze, die eigentlich auch rot ist, nur unsichtbar. So, dann können wir nämlich hier rein. Und hier ein bisschen rum machen mit unsichtbaren Dingen. Unsichtbaren Dingen. Die können wir besingen. So, und hier haben wir keinen normalen Ausgang. Deswegen können wir theoretisch auch runterfallen. Ja, eigentlich wollte ich noch einen Sprung machen, aber den haben wir uns jetzt gespart. Und kommen hier unten im Wasser wieder raus. So. Damit mir nicht derselbe Fehler passiert wie bei Bowsers Level. Hier bei dem ersten Aufeinandertreffen mit dem Echsenkönig. Gehen wir jetzt nochmal rein. Und kriegen keine Info mehr. Die brauchen wir natürlich auch nicht mehr. So. Und schwupp. Und stampf. Und wupp. Ein Lifehub. Wuhu. So. Oh, ich hab ihn. Ich hab ihn fast gekriegt. Aber am Ende gehört er mir. So. Ich glaub, wir gehen uns mal auf die mittlere Plattform. Mario. Bitte. Ja. Uh. So. Haben wir sie alle hier? Catch them all. So. Und noch den. Und das Lifehub möchte ich auch. So. Ich würd sagen, das war's hier oben. Und dann rutschen wir einfach mal ein bisschen ab. Und bremsen hier. Und hier. Damit wir etwas von den Gegnern in Ruhe gelassen werden. Laufen wir einfach rum. Die sehen uns angeblich nicht, aber schießen noch ihre Flammen. Aber die haben uns jetzt nichts an. Und hier. Mario ist ganz aus dem Häuschen. Und flippt herum. So. Jetzt müssen wir nur noch eine Party hinkriegen. Hahaha. Ist auch gar nicht so schwer, sagt der Mann hier. Ja. Hup. Die. Und was machst du? Ja. Ja. Glitch durch den. Boah. Gott. Ach ja. Ich liebe damalige Spiele. Die haben funktioniert. Mein Skill. Ja. Nochmal. Hey. Stoßen wir einfach an uns. Nochmal den Kopf. Weil wir's können. Weil wir's können. So. Jetzt nochmal ein Schnelldurchlauf. Schwupp. Und. So. Ich könnte zwar auch treten, aber irgendwie macht der Mario das ja nicht. Das ist ja so ein Wicht. Der ist schnell und auch blau und auch rot. Im Boot. Ach ja. Jetzt lass ich ein bisschen die Musik wirken. Ihr dürft euch zurücklehnen. Genießt die Musik und hoffentlich fallen wir nicht wieder durch das Brett. Wind hochzuspringen ist schon manchmal eine Kunst, die ich gerade nicht beherrscht habe. So. War don. Dam, 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 Dam. Dam. Low. Wow. Da wurden wir einfach mal matschig gemacht. Und. Gleich haben wir's. War gar nicht so schwer. Ich weiß. Ich weiß. Wow. Mario. Bitte Mario. Mario. Shay. mal das denn jetzt bitte? Es ist nicht so schwer, aber wir können uns die letzten zwei Zentimeter noch mal richtig aufregend gestalten. In dem wir runterfallen. Yeah. Okay. Und dann hier rein. Stern Nummer 40. Ein weiterer Geheimatstern des Schlosses. So, damit sind wir hier jetzt auch durch und können... Ich hab gedacht, wir machen das in der Folge nicht, aber wir kommen noch mal zu unseren Freunden, den Geistern. Denn jetzt, wo wir auch so eine Geisterscheinung sein können, können wir nämlich auch was Besonderes bei denen machen. Ihr solltet mal ein Auge drauf haben und überlegen... Wow, wow, Auge aufhaben. Hab ich gerade noch gesagt und springen gegen die Decke. Entschuldigung, da verschlug ich mich von Freude schon. So. Von der rechten Tür kamen wir rein. Wo führt uns denn diese Tür hier hin? Ja, es ist sehr spektakulär. Es ist nur der andere Weg. So. Nachdem wir jetzt auch in der Geisterscheinung sind, solltet ihr im nächsten Level ein Auge aufhaben. Mal gucken, ob ihr drauf kommt, warum ich das gesagt hab. Oh, 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 oh. Das war jetzt, wird jetzt sehr schwierig. Das werden nur Experten mit mindestens eine IQ von 300, äh, verstanden haben. So. Ich hab den platt gemacht. Wow. Jetzt überrasche ich mich gerade selbst. I'm surprised. Finde das Auge im geheimen Raum. Ja, ihr ahnt es schon. So. Dann gehen wir mal wieder in dieses geheime, gruselige, blechgekonstrukt von Haus rein. So, ich zeig euch kurz, was wir machen müssen. Zumindest in der Theorie. Wow. Zum Thema Theorie. Da kamen theoretisch Bücher angeflogen. Theoretische Bücher. Ja. So. Zu dem, was wir machen müssen, wollte ich gerade sagen. Wir müssen durch diese linke Tür, äh, also wir müssen hier irgendwie reinkommen. So wie der Geist, der gerade rauskommt. Er begrüßt uns und ich sage, guck mal, meine Arschbangen sind, äh, frisch geputzt. Und da müssen wir rein. Und dafür hilft uns die Tarnkappe unglaublich gut. Denn hier, am geheimen Ort der Geheimnisse, haben wir nämlich so eine blaue Kiste. und haben dadurch die Möglichkeit, durch Wände zu schreiten, die uns es jetzt erlauben, durch andere Dinge zu gehen und nicht nach oben zu bleiben. Und wir müssen uns beeilen, denn die Kappe bleibt nicht ewig lang. Nicht lang. Und jetzt können wir hier durch und... Oh mein Gott, es klubscht mich an. Es ist so groß, so groß. Es ist... das gigantonomische Auge im... Geisterhaus. Und... knuddeln! Oh, drüber gesprochen. Wubi! mit dem exquisiten Fußprofil-Kick. Und wir haben das Auge im geheimen Raum gefunden. Grandios. Wir sind gut. Damit haben wir, glaube ich, alle Level erledigt hier mit den Geistern. Und... zur Bestrafung gibt es nochmal die Pobacken der Stahligkeit von Mario. Hä. So. Jetzt kommen wir zu dem geheimen etwas namens Level. Wobei, ich guck grad mal auf den Timer. Das hier sollte wir noch ein Level hinkriegen. Hehe. Ein Level. So. Entweder machen wir uns ins Lava-Level, ins Underground-Level oder... Ich muss mal kurz gucken. Manche Toasts gaben ja hier Sachen. Baba! Wow! Du hast bereits so viele Sterne gefunden. Ich bin sicher, das war kein Kinderspiel. Ich habe noch einige Tipps, die ich dir bei der Suche nach Bauerstern von Nutzen sein könnten. Sammle Münzen, um deine Energie aufzufüllen. Ihre Farbe entscheidet, wie viel Energie du erhältst. Gelbe Münzen geben eine, rote zwei und blaue ganze fünf Energieeinheiten zurück. Damit die blauen Münzen sichtbar werden, musst du ihren Schalter auf den Boden stampfen. Halte Verletzungen gering, indem du bei Stürzen am letzten Moment eine Stampfattacke ausführst. Wow! Deine lebensnotwichtigen Informationen. Kopfschüttel. Naja gut, er hat einen guten Willen, also, hey, was soll's. So, ich würde sagen, wir gehen ins Underground Level. Underground! So, und hier, man sieht schon, es ist kein Graf... Wow! Es ist kein Grafikfehler, es soll metallisch aussehen. Denn dieses Level beinhaltet nämlich viele metallische Dinge, wie zum Beispiel eine Schraube, Rohre, Gitter und, ähm, andere Dinge, wie... andere Dinge halt. So. Aber hier in der Ecke ist nämlich noch ein Toad und ich glaube, der gibt uns noch einen Stern. Achte darauf, deine Mütze solltest du nicht verlieren. Wirst du durch einen Treffer schwerer verletzt, wenn du sie nämlich nicht auf hast. Solltest du sie nämlich einmal verlieren, findest du deine Mütze in dem Gemälde, in dem du sie verloren hast. Die Prinzessin wird noch immer von Bowser gefangen halten. Rette sie so schnell wie möglich. Bowsers Schergen belagern seit langer Zeit die Welt der Gemälde und Wände des Schlosses. Aber es ist mir gelungen, ihnen diesen Stern abzujagen. Viel Glück! Dieser Fuchs! Auch wenn es ein Pilz ist, dieser Pilz! Mann! Und wieder einen unglaublich geheimen Geheimstern, den wir uns gerade geheimnisvoll eingesackt haben. Ja, denn es lohnt sich auch mit denen zu reden. Habe ich doch recht gehabt. So. Ich überlege gerade, sollen wir hier ein Folgenpäuschen machen? Ja, machen wir ein Folgenpäuschen, dann ist die Folge heute nicht so lang, aber zumindest haben wir einen besseren Schnitt. Oder ich. In dem Sinne, bis zur maugigen Folge, wenn Mario mal dauerhaft in die Kamera gucken würde und sich hinsetzt, hockt, Breakdance macht oder auch einen Backflip. In dem Sinne, bis zur nächsten Folge. Ciao! Bevor du gehst, möchte ich dich noch darauf aufmerksam machen. Wenn dir das hier gefallen hat, kannst du unseren Kanal gerne abonnieren, dann wirst du kostenlos darüber informiert, wenn wir das nächste Mal wieder ein Super Mario grandioses Mario. Let's play starten oder ein anderes, gutes Level oder let's play. Also, sei dabei. Cheerio. Juhu. 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 Juhu.